hallo und ein herzliches willkommen hier auf dem kanal zu seven days to die und jetzt wollen wir um dieses formale dieite schwimmbad gehen so mal gucken was in den autos hier draußen ist oh oh pfeilung eine schmerztablette der hunger hat er auch so mist ein hüngerchen hat er so ich glaube muss ein bisschen langsamer machen hier oder liegt noch mal so eine ganze truppe ne na komm was soll's na wir explodierten da hinten so unschön ich schiebe mir dein auto durch die gegend ein halbes auto okay das sieht nicht gut aus mit meinem leben und mit meinem essen und so überhaupt ich brauche ein bisschen futter gut sei der auf der liege gute arme kerl der arme kerl hier ich brauche essen vor flucht ich brauche hier dringend was zu essen finden ich brauche hier dringend was ich um ich brauche hier dringend was ich ein bisschen Da unten ist ja einer. Na komm. Na hörst du auf. Nein. Oh Gott, so viele Erdnucke. Oh Gott, hier sind auch eine Menge Minen. Das hier noch eine. Na komm. Brenn, kleiner Mann, brenn. Siehst du aus wie eine Wunderkerze jetzt? Tja, aber Essen finde ich keins. Das ist nicht toll. Muss ja irgendwo mal zu Essen rumfliegen. Wohl nicht. Okay, da kann ich mir trinken holen. Und eine Dose Erbsen und besser als nichts. Dann lass sie dir schmecken. Das ist nicht toll. oder außer müllsack gott das geht nicht gut aus das geht nicht gut aus wenn ich hier nicht rauskommen das geht gar nicht gut aus wenn ich hier nicht rauskommen der mich auch noch mal erwischen musste ich brauche was zu essen ganz dringend und ein bisschen heilung wäre schön krass wieder der eine noch der andere hier echt jetzt muss ich mich da hinten durchhacken oder nicht genug ausdauern habe ich irgendetwas noch weil ich mir altes sandwich 1 2 3 4 sehe ich da scheiße ok ok na Bruder ne so nicht komm raus so wei 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 da ziehe ich mir mal direkt rein so die drei hole ich mir auch so dann gehen wir erst mal da vorne gucken ne zu 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 dann muss ich doch da hoch da geht es nach da da geht es wieder runter ich gucke mal was da oben ist und da ist nix da komm ich nicht drauf ne ne ok oh fuck 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 oh gott habe ich ein Schwein scheiße ich komme hier nicht mehr ich komme hier nicht weg ich komme hier nicht weg gibt es doch nicht also ein bär war jetzt nicht dann weil ich unbedingt haben wollte und schön auf den hinter naja kriegen wir noch einen komm nach oben wer kloppt mich denn jetzt hier an ja wunderbar so ein kack ich hab's geahnt ich hab's geahnt so ein Mist Mensch nein 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 kann doch nicht wahr sein es kann doch nicht wahr sein so ein dreht erscheinen auf dem Bett oh wei oh wei oh wei so ok dann mach ich mal eben kurz Pause und melde mich ja nicht wieder dabei bis gleich so da bin ich wieder zurück und ich glaube mein avatar ist hängen geblieben ich kann das aber nicht auf die schnelle reparieren die chem ist ausgegangen ich weiß nicht warum gut zuck da halt ein kleines bisschen oder bewegt sich nicht ganz so viel so den bär den habe ich nach unten verband Parkhütten Parkhütten so aber die Frage ist jetzt wie komme ich hier raus ne 2000 das ist natürlich eine dumme nummer ich hab's geahnt der kommt nämlich jetzt nicht hier so ohne weiteres hoch ja na klar wie soll ich denn die kriegen so das ist unfair das ist unfair das ist doch mehr als unfair oder das ist doch mehr als unfair oder das ist blutig noch so viele miese geier so viele miese geier mach mal so viel das ist doch gar nicht wie viele linden da die armee der Geier hier. Ich glaube es ist der letzte, oder? Komm runter. Sieht so aus. So, mal eben gucken hier, habe ich kein Frame mehr, so Mist. Der kommt von da, der kommt von da. Ja, das... Was ist das hier? Da ist doch Wasser drin, oder nicht? Ich höre schon wieder hier, Geier und allen möglichen. Hm, ich bin schon wieder zu langsam. Oh, eine Vierer Axt. Wunderbar, gleich kann ich mich nicht mehr bewegen. Hohohohohohoho. Gut, ich muss ein bisschen was auslagern hier. Die tragen wir erstmal, ne? Dann packen wir noch. Den mal weg. 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 Den weg. Den, 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 den. Den sowieso, den auch. Gut, dann gucken wir mal hier weiter. Hören wir erstmal hier die kleinen Sachen auf. Oder Munition des Gedöns. Boah. Leckofani. Hier ist ja ordentlich Loot drin. Nochmal zurück. Gucken wir mal, ob wir umpacken können. Die Geier werden wahnsinnig da draußen. Dann würde ich sagen, mache ich im Offscreen eben die Sachen ins Motorrad. Und dann sehen wir uns quasi, wenn wir die Tresore dann, wenn ich die Tresore auf habe, sehen wir uns in der nächsten Folge genau hier wieder. Liebe Leute, herzlichen Dank an euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch natürlich immer einen schönen Tag, schönen Abend, einen schönen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr die Folge hier gesehen habt, bleibt mir gewogen. Euer Dexter. Bye, bye. Bye.